Hallo Oberfreunde, Teil 26 und worüber reden wir heute Abend oder heute Mittag oder heute morgen in diesem Video. Das erzähle ich euch nach dem Intro. So, worüber reden wir heute? Das erste ist ein Stellwerk, das wir dann im Bau gemacht haben. Das steht jetzt auf der Anlage, das steht hier hinten. Und es ist soweit fertig. Dann möchte ich euch erzählen über die Schotter weitergemacht haben. In Teil von der Mülle bis zum Bauernhof ist auch fertig. Da muss dann noch Gras, Gras muss dann noch auf uns streuen und Bäume und alles haben. Die Schotter ist auf dem Platz. Als das dann geht, brauchen wir dann nicht mehr weiterarbeiten. Das sind dann nur die Kleinigkeiten. Und dann Häuser für die Stadt. Ich habe mit Finn einen Anfang gemacht mit dem Bau von Häuser in der Stadt. Und wir haben jetzt für die Hälfte fertig. Das sind acht Häuser, die ich bereits hatte. Und da zeige ich dann noch ein paar Bilder von der Altanlage Grenzlose 1. Und die Häuser haben mit Finn nicht auseinandergenommen und haben mit dem Anfang gemacht. Die ersten vier sind, wie gesagt, bereits fertig. Da zeige ich auch Bilder davon. Und dann habe ich in 2013 oder 2012 ein LKW bekommen von ein Freund von mir, Albert. Die hatte einen Modellladen hier im Ort. Und da habe ich dann viel vor ihm gemacht. Und dann war da ein Faller LKW. Die hat nicht mehr richtig funktioniert. Und die konnte ich dann bekommen. Und die habe ich dann umgebaut. Da zeige ich dann Bilder davon. Aber der Umbau damals, da war nicht ein Erfolg. Und dann habe ich gedacht, nächstes Mal mache ich das anders. Ich habe wieder umgebaut. Und das Ergebnis, das zeige ich euch noch in Bad Bünder. Und da sind wir auch bereits auf 10 Minuten. Und das sollte dann das Ende von diesem Video sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euren Jörg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Da. 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 Bist. Die Baan steigt. Alles. Die Schotter. Gras und alles. Die Draai gemacht werden. Of Draai gemacht werden. Die Schotter ist da. Was haben wir hier? Fertig. Das ist der Standort vom Stellwerk. Die kommt da. Das k wondered. Det ist dasuagn. better sounds. Musik Nachdem ich bin und ich lange Zeit gebraucht habe, um alle Häuser aus dem anderen zu bekommen und alle Figuren zu entfernen und Autos und alles, sieht es jetzt so aus. Und einen Haufen Rückwand, das sind aber alte Teile, die wir benutzt haben, weil die Rückseite war sowieso nicht zu sehen. Das ist auch nicht so schön zu sein. Und wie sieht dann die Rückseite jetzt aus? So zum Beispiel, oder so, oder wenn die dreht wollen, so. Und das alles muss ich jetzt wieder schön ankleiden, da in die neue Stadt, die wir bauen, der Häuser an beiden Seiten zu sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus